so die kann ich direkt mal wieder verwerten hier so, forschungsbogen 1 ist bei mir durch ja nice so, einheiten, mal gucken und bei dbd gibt es jetzt einen neuen killer schon, echt jetzt ok, ich habe es gar nicht mitbekommen das ist eigentlich, den haben sie jetzt lizenziert anscheinend auch das ist eigentlich nur der billy 2.0 also der billy besteht eigentlich auf diesem killer nur der soll ein bisschen anders noch zu handeln sein anscheinend ok muss ich mir mal angucken interessant ernsthaft, ich habe jetzt aus dieser 75er mission nur 250 stahl rausgekriegt ist das ernst ich hasse euch ja gut, wenn du nur den stahl ausgewählt hast ne ne, das war ja so ne rote kiste auch ach so ne rote kiste sogar mal gucken, kriege ich die 255 zusammen lass mal gucken also ein entdecker ein soldat sind wir schon bei 199 äh schade ich glaube das wird das wird nix was man hier noch machen müsste hier in diesem bereich hier, dass man das nach ähm sortieren könnte das wäre praktisch, ne das ist alles so durcheinander du musst ja mal gucken, wo sind die ganzen äh leute ah, ok, also 230 hätte ich in etwa hingekriegt aber, naja, egal ok, ein seltener soldat und ein normaler soldat das ist jetzt nämlich schon wieder woanders 121 190 muss ich kommen ne auf 190 muss ich kommen ja, passt go so, 83 einfach nur lachhaft ja, das kann ich noch nicht beurteilen ich hab's mir noch nicht angeguckt ich werde mir das aber auch mit Sicherheit mal anziehen ich werde mir das mal reinziehen was die da äh, fabriziert haben jetzt warte mal 70 kriege ich das auf 70 naja, könnte schwierig werden äh, ich bräuchte 2 mit 45, ne ne, du quatsch nicht 2 mit 35 bräuchte ich um auf die 70 zu kommen ah, wir haben eine 34er warte mal 34 35 auswählen auswählen und dann haben wir noch ihn dazu dann kommen wir auf unsere 74 läuft er fährt einfach irgendwo in deine Nähe und du bekommst Damage? was? hört sich sehr crazy an hm, ok hört sich sehr crazy für mich an ach so, habe ich schon jetzt kann ich nur Steine machen äh, warte mal 29 auswählen die wechseln wir noch mal was hast du denn eigentlich gleich für eine Quest? ich muss einfach nur zwei zerstöre die Lagermissionen ab 23 plus machen ok gucken wir gleich mal 15 easy starten ok damit hätte ich dann alles durch tatsächlich sehr schön wuteinfall auswählen angefügt allen in der umgebenden Schaden zu ok das hört sich echt interessant an ähm, Sturmschild, Plakaton 4 muss ich machen Sturmschild, Plakaton 4 warum nicht so ich kann nur drei Expeditionen los schicken ja wie gesagt, Spoddy, ich kann ich weiß es nicht kann ich nicht beurteilen derzeit ich müsste es mir erstmal angucken ich müsste mir den Killer erstmal angucken also von daher, ähm müsste erstmal gucken machen wir erstmal die hier muss der Lager zerstören, ne? ja ja, ja ich weiß nicht mal gucken Spoddy keine Ahnung wann ist denn der Killer rausgekommen heute, oder was? ja, heute ach guck ich guck mir gerade die Kommentare unter dem Post von Dead by David auf Fratzenbuch an gut, deswegen wusste ich auch nichts von dem Killer weil ich das noch nicht mitbekommen weil ich mich heute nur auf Fortnite konzentriert habe ich hab zwar heute ein bisschen Killer gespielt, aber oh mein Gott ja, ja alle neue Killer Leatherface available on stream today vor 43 minuten vor 43... ach Gottchen vor 43 minuten da hab ich noch... da hab ich noch... gut noch zugeschuckt... äh zugeschuckt... zugeguckt wie er äh Park G gespielt hat zugeschuckt... mhm ähm sie schreiben hier Leatherface will bring a new set of perks his iconic chainsaw and will additionally wield a sledgehammer both weapons of doom that will serially ähm instill fear in all survivors ja, also vor... vor ein paar minuten wohl also vor einer Stunde knapp Spoddy, anscheinend vor 43 minuten etwa haben sie auf Facebook kundgetan wir müssen verhindern, dass es sich ausbreitet egal wie wenn du ein aktives Lager findest musst du auf alles vorbereitet sein laut meinen Informationen haben wir 20 minuten um die Ziele zu neutralisieren durchsuche die Zone und halte Ausschau nach allen möglichen Lagern die gereizter aussehen als sonst ich überwache alles von hier das haben die auch schon von den Kommentaren her auch schon um einiges geändert wow das muss sich echt noch ein bisschen ändern wenn einer reinjoint, dass das nicht so laggt ey das ist echt übel ja, das kannst du auch laut sagen gespeicher Zustand wow schrauben leck findest nicht mehr Leute als Killer ernsthaft? wow das ist krass, Spoddy das heißt ja, wahrscheinlich wollen jetzt ganz viele Killer spülen auch weil anscheinend ist der richtig stark ja gut wenn ich mir das so anhöre der braucht nur irgendwo gegen chargen und ähm und hat dann verteilt dann irgendwie Flächenschaden anscheinend wenn ich das richtig verstanden habe kann man nachvollziehen das will man sich natürlich erstmal angucken hm kurios aber da ist da als survivor instant, okay wow wow ist klar genau hm was machen sie da? mich von nem schweber ärgern lassen okay warum boah der geht mir heut ab warum호� да denke nicht was deine digs weg deine ausdruck nein ist ja voll hast du grade nachgeladen nein das auch nicht komm her du bist ein schlück da ist die nächste oder sicher okay jetzt immer auf jeden fall schon mal vier immerhin das heißt jetzt hört es auch auf zu lecken es ist echt ätzend wenn da vier leute die nachträglich rein sollen er natürlich jetzt deswegen geleckt also ich könnte aber gerade mal diesen streamer auftrag könnte ich jetzt mal anstarten nicht vergessen müsste liebes tagebuch sein meine ich da war echt jetzt da drüben so dieses tagebuch habe ich dann auch mal eins ihr seid doch schon bei dem lager ich gehe mal gerade noch das zweite buch einsammeln das heißt nach der nach der quest ist dann streamer auftrag verfügbar das heißt ihr bekommt mehr belohnung etc so komm herr wow johnny kann ich ja nichts für wenn so ein schweber mich penetriert bis zum patzen denn du machst ja sachen komm herr ich wollte eigentlich nur zu meinem geschenk aber warum ist das geschenk will haben so dann gehen wir mal nach den da oben flitzt wieder rum egal da vorne müsste ein überlebender sein ich bin gerade sehr ich brauche deine hilfe warte sie kommen sie kommen und ich habe den rucksack voll echt jetzt erstmal aussortieren das weg das weg das weg das weg das weg das weg bestätigen Ah, ich glaub den YouTuber, den Uli meinte, ich hatte heute einen YouTuber zweimal drin. Dem hab ich zum Abschluss nur noch geschrieben, learn to play. Den hat, den hatte ich so schnell. Oh, hi. Äh, ich kaufe nichts. So, gut. Erstmal wieder ein bisschen aufgefüllt, jetzt komisch. Ja, das machen wir ja auch schon die ganze Zeit überall, die Autos einsammeln auch. So, irgendwo da ist ein Lager. Da gehen wir doch mal direkt hin. Der Modus ist so geil, ich liebe ihn. Spielst du den gerade? Ich will ihn heiraten. Wow. Echt jetzt? Okay, das ist der Ansage. Und hallo, Mucki. Ivi spricht aber gerade nicht von dir.